Was man sich immer versucht zu vermitteln, ist einfach, dass man ins Detail versucht reinzugehen. Also klar, in erster Linie Spaß haben, aber dann mit dem Spaß und mit der Freude im Prinzip dann auch sich weiter versuchen, im Detail nach vorne zu arbeiten. Von der Fahrtechnik her ist das Motortrom sowieso eine Herausforderung, weil die Straße relativ schmal ist. Wir haben natürlich eine perfekte Betreuung und da gibt es eine Menge zu lernen. Das ist ein schwieriger Punkt. Du willst die Straße auf der rechten Händler nutzen, aber du willst dann auch zurück auf der rechten Händler positionieren. Die Sachskurve ist eine tolle Kurve, gefällt mir unheimlich gut, ist auch ein Streckenabschnitt im Motortrom. In der Sachskurve ist immer die Schwierigkeit spät zu bremsen, die Geschwindigkeit mitzunehmen, aber eben nicht zu überschießen. Geduld ist das Thema. Oder du kannst ihn auf den Körb, also früher einlenken. Ich habe meine Zeit enorm verbessert. Ich habe drei Sekunden, also das war eine gute Wert. Ein Überholmanöver am einfachsten ist natürlich auch ein Fehler vom Vordermann zu warten. Ansonsten ist zum Beispiel jetzt nach der Parabolika die Spitzkehre ideal, wenn man eine lange Angriffsphase hat. Geht gut vorwärts und macht eine Menge Spaß. Für mich ist die Faszination einfach das Auto am Limit zu bewegen, das Gefühl zu haben, man beherrscht es. Das klappt nicht immer, aber das ist für mich die große Herausforderung. Und auch dann die Geschwindigkeit und das einfach ein Riesenerlebnis.